Dann haben wir noch eine weitere Leerung. Die Fans haben noch online abgeschüttet und ihren Spieler in der Rückrunde gewählt. Übergeben wird der Teil diesmal von Wille von Kölner zu Pankow. Und wir gratulieren unserem Keeper Stefan Flauerer zur Wahl. Der Rückrunde, der kleine Torwart der Gegendkassen und Leistung hat es geschafft, hat mehr als 1200 Minuten ohne gegen Tor zu bleiben. Heute war damit ein Fels in der Wandung. Danke, Flauerer. Vielen Dank.